Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu im Bett mit. Ich bin Jana von Jana Nowak Photography und das hier ist im Bett. In der Serie im Bett mit möchte ich euch gerne Künstlerinnen und Künstler und vor allem Fotografinnen und Fotografen vorstellen, die mich aus welchen Gründen auch immer beeindrucken, die mir aufgefallen sind und die ich euch gerne näher bringen möchte. Und ja, heute beginnen wir mit der ersten Künstlerin, die da wäre Hannah Wilke. Das hier ist das Buch Hannah Wilke von Nancy Prinzenthal, in dem sie ja sowohl auf die Künstlerin selbst eingeht, biografische Informationen liefert, als auch viele ihrer Arbeiten zeigt und das würde ich mit euch heute gerne mal durchgehen. Hannah Wilke hat von 1940 bis 1993 gelebt und das heißt, sie ist nur 53 Jahre alt geworden. Warum das wichtig ist, dazu komme ich später noch, aber erstmal zunächst zu ihrem künstlerischen Hintergrund. Also es geht mir ja vor allem eigentlich um Fotografen, aber Hannah Wilke kommt gar nicht ursprünglich aus der Fotografie, sondern hat in den USA, da ist sie auch geboren, zunächst als bildende Künstlerin gearbeitet und hat eben im Rahmen ihrer bildenden Kunst sich mit einem Thema beschäftigt, das im Verlauf ihrer Arbeiten eben immer wieder aufgetaucht ist, nämlich dass der Weiblichkeit beziehungsweise konkreter der Vagina. Sie hat in unterschiedlichsten Farben, Formen, Größen, mit unterschiedlichsten Materialien eben gearbeitet, um Vaginas in ganz vielfältigen Weisen zu präsentieren, darzustellen und so dem weiblichen Geschlechtsorgan damals noch in den 60er, 70er Jahren zu einer medialen Präsenz auch zu verhelfen. Irgendwann hat sie dann angefangen, sich von ihren skulpturalen Arbeiten zu entfernen und hat ihren eigenen Körper zum Material der Kunstproduktion gemacht. Das heißt, sie hat angefangen, performativ zu arbeiten, beziehungsweise sie selbst bezeichnete diese Arbeiten als Performalist Self-Portraits. Das heißt, performalistische Selbstportraits. Das waren Arbeiten, die sie vor Publikum durchgeführt hat. Das heißt, sie hat Aktionen gemacht vor einer ausgewählten Gruppe von Zuschauern, hat die teilweise auch mit einbezogen und das Ganze wurde dann fotografiert von entweder ihren Lebenspartnern oder von engagierten Fotografen. Jetzt könnte man sagen, sie zählt eigentlich gar nicht so richtig in die Kategorie der Fotografin mit rein, beziehungsweise wie groß ist ihre eigene Teilhabe an dem Werk, das entstanden ist, dadurch, dass eben die Fotografien das sind, was ihre Performances überdauert. Aber dadurch, dass sie ganz klar gesagt hat, wie die Fotografien auszusehen haben, ist sie schon als die eigentliche Urheberin der Bilder zu verstehen und ist auch vor allem von Bedeutung, dass die Bilder im Rahmen ihrer Aktion entstanden sind und nicht von der Hand eines Fotografen angefertigt worden sind nach dessen Vorstellungen. Dann fangen wir doch gleich mal an mit einer ihrer Serie, nämlich mit der Scarification Object Series. Scarification, Starification ist hier direkt ein implizites Vorspiel. Einerseits eben die Vernahrung, andererseits das Stardasein. Das zeigt sich daran, dass man hier Hannah Wilke nackt sieht mit kleinen Kaugummis versehen, die, wenn man ganz genau hinschaut, eben Vagina-Nachbildungen darstellen. Das heißt, hier hat sie noch eine Verbindung von ihrer früheren skulpturalen Arbeit zur jetzigen performativen Arbeit. Die Besonderheit ist, dass sie Pin-up-Posen nachstellt oder zumindest mediale Ikonographien wiederholt. Das Ganze meistens nackt oder nur mit bestimmten Accessoires versehen und ihren Körper eben dabei mit diesen Vagina-Skulpturen, Vagina-Plastiken beklebt hat. Das heißt, wir sehen einmal hier die typisch amerikanische Ikonographie der perfekten Medienfrau, des perfekten Models, andererseits aber auch diese Verwundungen durch die Vagina. Also das Zurückgeworfensein auf die klassischen Rollenbilder von Frauen, deswegen Scarification, Starification. Außerdem hat sich Hannah Wilke dazu geäußert, warum genau sie das Material des Kaugummis gewählt hat, weil es einerseits dazu beitragen würde, mit dem Publikum in eine spezifische Verbindung zu treten. Das heißt, ja, fleischlich, leiblich durch den Speichel des Publikums und ihren scharpferischen Akt des Formens, der Skulptur eben ein gemeinsames Werk zu erschaffen, das dann auf ihrem Körper und durch die Fotografien eben festgehalten wird. Andererseits aber auch, weil es für sie eben um die Thematisierung der Rolle amerikanischer Frauen ging und das Kaugummi eben für sie sinnbildlich war, für genau diese amerikanischen Frauen. Also irgendwie oberflächlich, es wird benutzt und dann ausgespuckt. Das waren so die Gedanken, die sie dazu geäußert hat. Das mag erstmal recht feministisch erscheinen, zur damaligen Zeit war das aber umstritten. Das lag vor allem daran, dass Wilke eben ihren eigenen Körper benutzt hat, sich viel nackt gezeigt hat, aber gleichzeitig auch genau diesem medialen Bild, das sie kritisiert hat, entsprochen hat. Das heißt, sie war einfach eine sehr junge, sehr schöne Frau, die auf die mediale Rezeption von sehr jungen, sehr schönen Frauen aufmerksam macht. Und damals eben in den 70er Jahren wurde das noch von vielen als nicht feministisch genug angesehen. Feministische Kunstkritikerin Lucy Lippert warf beispielsweise vor, dass Wilke A Feminist and a Flirt sei, das heißt sowohl feministisch, aber auch flirtiv. Und ja, deswegen eben weniger ernst zu nehmen sei und vor allem narzisstische Beweggründe hätte für ihre Kunstproduktion. Das Ganze wurde allerdings später in der retrospektiven Betrachtung ihres Werkes revidiert. Das heißt, inzwischen ist sie durchaus als feministische Künstlerin anzusehen. Warum das so ist, dazu komme ich gleich noch. Jetzt kommen wir noch kurz auf eine Serie zu sprechen, die wichtig ist, sowohl in Bezug auf die Narzissmusvorwürfe seitens der Feministin, aber auch in Bezug auf ihre späteren Arbeiten, die sie gegen Ende ihres Lebens angefertigt hat. Die Serie heißt In Memoriam Selma Butter in Klammern Mami. Und in der Serie hat sie sich eben mit ihrer Mutter auseinandergesetzt, Selma Butter, die an Krebs erkrankt war und hat sich fotografisch damit auseinandergesetzt. In der Serie sind eine Reihe von Bildern entstanden, die alle sehr unterschiedlich sind. Also einerseits Aufnahmen, die die beiden gemeinsam zeigen, wie sie tanzen, wie sie Spaß haben, aber auch wie die Mutter zum Beispiel sich umzieht, auszieht. Und ja, was hier ganz besonders ist, ist eben, dass Hannah Wilke hier schon die vielen Facetten der Erkrankung einer Frau zeigt oder generell die Erkrankung eines Menschen. Hier sehen wir jetzt erstmal Hannah Wilke, die im Rollstuhl ihrer Mutter Probe sitzt und das Ganze nackt. Wenn man das so sieht, könnte es erstmal so wirken, als wären tatsächlich die Narzissmusvorwürfe, mit denen sie sich konfrontiert gesehen hat, berechtigt. Denn wir haben hier die schöne, gesunde Frau, die warum auch immer nackt eben den Rollstuhl ihrer kranken Mutter anprobiert. Dass das aber einfach ihre künstlerische Umgehensweise, ihr künstlerischer Umgang mit der Thematik war, wird später noch klar werden. Und das wahrscheinlich am meisten umstrittene Bild aus der Serie seht ihr hier. Das zeigt eine Gegenüberstellung von Hannah Wilke und ihrer Mutter. Beide sind nackt, beide zeigen ihre Brüste und der ganz gravierende Unterschied hier ist eben, dass wir Hannah Wilke sehen, die geschminkt ist, die schön aussieht, die mit klarem Blick in die Kamera schaut und eben auch ihren intakten, ihren unversehrten Körper zeigt und gegenübergestellt dazu die Mutter, die deutlich von der Krankheit gezeichnet ist, der eine Brust amputiert wurde, die vernarbt ist und die den Blick auch eher senkt, von der Kamera abwendet. Und das wirkt ganz klar wie eine Gegenüberstellung von gesund und krank, vielleicht sogar gut und schlecht. Als einzigen Gegenpol dazu könnte man sehen, dass wirklich hier ihren Körper mit kleinen Waffennachbildungen versehen hat, die den Körper zielen, also eben auch wie Narben, sodass sie eben hier auch schon darauf hinweist, dass eventuell das Bild ihrer Mutter ihre Zukunft sein könnte oder dass zumindest niemand vor einer solchen Zukunft geschützt ist. Das heißt, man kann auch hier schon erste kritische Aspekte hineininterpretieren. Wenn man das wohlwollend betrachten will, will man das nicht, kann man aber auch ganz klar sehen, dass wir hier eben die narzisstische Hannah Wilke haben, die sich gegenüber stellt mit ihrer Mutter, die, um so zu zeigen, vorher, nachher, ich bin schön, sie ist es nicht mehr. Dass das aber nicht der Fall ist, sehen wir in der Serie Intra Venus. Denn hier ist Hannah Wilke in den 90er Jahren selbst an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und zeigt jetzt ihre eigene Krankheit genauso schamlos, wie sie auch die ihrer Mutter dokumentiert hat. Das heißt, sie zeigt sich eben auch nicht als leidende Kranke, sondern als selbstbestimmten Menschen und hatte auch eigentlich den Plan, mit dieser fotografischen Serie ihre Genesung festzuhalten und zu dokumentieren und hat deswegen eben auch ganz starke Momente, witzige Momente gefunden, indem sie die Zunge rausstreckt oder indem sie ähnlich wie auch in früheren Arbeiten schon in Anlehnung an mythologische christliche Ikonographie göttinnenhaft posiert. Aber sie lässt eben auch andere Facetten zu. Das heißt, wir sehen sie immer wieder auch in pin-up-artigen Posen oder einfach in sexuell verfügbaren Posen. Das heißt, sie zeigt sich beispielsweise in der Badewanne liegend, wie sie sich das Wasser auf den Kopf tropfen lässt. Es sind nur noch wenige Haare vorhanden von der Chemotherapie. Und gleichzeitig präsentiert sie auch einfach breitbeinig und schamlos ihre Vagina und zeigt so ganz klar, dass sie, obwohl sie eben eine kranke Frau ist, dass sie trotzdem noch ein Recht darauf hat, sexuell zu begehren. Und da zeigt sich jetzt auch eine Verbindung zu ihrem früheren Werk. Denn wir sehen, dass sie genauso wie sie das früher getan hat, auch heute einfach noch dasselbe Arbeitsmaterial hat, nämlich ihren Körper und zwar ihren nackten Körper. Mit dem ist sie umgegangen, sowohl als sie jung war und als ihr Körper schön war, aber auch jetzt, wo er eben deutlich von der Krankheit gezeichnet ist und einfach älter ist. Und sie wiederholt genau dieselben Posen, die sie früher durchgeführt hat. Das heißt, sie wird quasi zur Gegenüberstellung ihrer Mutter. Sie ist zu dem geworden, was sie mit dem Bild ihrer Mutter ausdrücken wollte. Gleichzeitig hat sie ihre Krankheit aber auch auf vielfältige Art und Weise künstlerisch dokumentiert. Nicht nur durch die Fotografien, die übrigens ihr Partner angefertigt hat. Nicht, weil er es wollte, sondern weil sie ihn darum eindringlich gebeten hat. Aber sie hat auch zum Beispiel ihre ausgefallenen Haarbüschel angesammelt und hat auch die Vaginaplastiken, die man von früher kennt, jetzt wieder aufgegriffen. Allerdings nicht mehr in dem für sie typischen Rosa in den positiven Farbtönen, sondern jetzt in Schwarz. Oder sie hat ihre Tablettendosen gesammelt und hat die in einen Käfig gesteckt. Also quasi, ja, wie eine von außen drauf gesetzte Verbannung vielleicht ihrer Krankheit. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, nachdem ich am Anfang schon gesagt habe, dass sie nur 53 Jahre alt geworden ist, hat sie die Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs nicht überlebt und die Intravenus-Serie war dann tatsächlich auch ihre letzte größere Serie. Und es war eben die, die sich mit ihrer Krankheit beschäftigt hat, die dann auch nicht, wie von ihr ursprünglich intendiert, den Kampf und das Gewinnen gegen die Krankheit zeigt, sondern, ja, letztendlich dann eben eine Dokumentation ihres Todes ist. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hannah Wilke eine ganz wichtige feministische Künstlerin ist, was in Retrospektive eben auch vom Büro der feministischen Kunstkritikerinnen anerkannt wurde. Inzwischen hat sie auf jeden Fall ihren Stellenwert als Künstlerin gefunden, konnte sich auch von dem Vorwurf des Narzissmus lösen, eben durch ihren Umgang mit ihrer Krankheit. Und, ja, zeigt auf ganz vielfältige Art und Weise und gleichzeitig auch auf schamlose und radikale Art und Weise den Umgang mit ihrem eigenen Körper und mit dem Alterungsprozess und, ja, allem, was zum Menschsein, zum Frauesein dazugehört. Das war's dann auch schon mit der ersten Folge vom InBed mit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Anregungen habt, welche Künstler ich vorstellen soll, dann schreibt sie mir doch einfach. Ich schau mir das dann an und überleg's mir. Und, genau, ansonsten bin ich auch für Kommentare, Kritik, Anregungen, jeder Art sehr dankbar, gerne auch Lob. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder im Bett mit einem Künstler, einer Künstlerin bin. Bis dann! Bis dann! Bis dann!